Alter, richtig schönes Kit. Ersten Arrow-Wasted. Perfekt, Nick. Eine Healing Potion schmeißt man seit neuestem auf den Gegner, jetzt wisst ihr Bescheid. Perfekt, Nick. Okay. Geppel und Perfekt. Das gute alte Maxim-Kit. Und ich kann es schon mal besser mitarbeiten, als mit jedem anderen Kit bisher. Ich muss sagen, man merkt halt wirklich, dass ich nur mein Kit eigentlich spielen kann, aber egal. Der rennt erstmal richtig schön straight. Das ist nicht schnell, um ehrlich zu sein. Zumindest nicht, wenn du alternativ auch gerade ausrennen kannst. Aber gut, ich habe heute wie immer kein Thema anzusprechen, beziehungsweise, was heißt wie immer, ich habe eigentlich sogar recht oft ein Thema, glaube ich, anzusprechen. Gibt zumindest Leute, die seltener Themen anzusprechen haben. Aber ich finde, man muss auch nicht immer mal ein Thema anstreif haben. Oh, Alter, mir tut mein Arm weh. Und, ja gut. Ich glaube, das habe ich verloren. Ja, das habe ich zuerst verloren. Aber ich muss sagen, ich finde diese Geschichte von, äh... Hat jemand das letzte Video von Mini-Me-Checker gesehen? Wäre jetzt erstmal meine Frage. Ja, ich finde die Geschichte so geil, wie gleich Mitte sein, äh, warum gleich Mitte, mhm, wenn es nicht seinen Rudel angeschlossen hat, irgendwie. Das ist, sorry, für mich so geil. So, jetzt kam der First Hit seinerseits. Alter, siehst du schon voraus, dass diese Runde Ultrasch mit sich hochziehen wird. Aber gut, das wird dann auch die letzte Runde, habe ich gerade prediktet. Der Typ hat sich das bestimmt auch ein bisschen anders vorgestellt sein aus der Plan. So, ich muss mal ganz schlussend was tun. Und, dann geht's weiter. Perfekt, Digi. Ich gehe es mir jetzt schon auf die Erde noch. So, wenn du es austeilen lassen, musst du dann einbauen, damit der Gegner, der dich abfuckt, richtig pisst auf dich ist. Das ist immer das Beste. Ich muss sagen, tut mir jetzt leid, dass ich es so low spiele, aber manchmal, wenn ein Gegner behindert spielt, musst du auch so spielen. So, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über eine positive Werbung, über einen Komi und über einen Abo freuen und über alles Mögliche. Über eine 1000 Euro Donation. Bis dahin. Vielleicht nicht. Ciao. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.